Na, hast du was gefunden? Stell dich nicht so an. Herbringen! Vorsichtig! Pass uns auf, dass er mich an das Boot kommt! Frank, halt dich fest! Nehmen wir her! Okay. Höchst! Höchst! Und jetzt runterlassen! Ich muss mehr Luft kriegen. Ich muss mehr Luft kriegen. Fred? 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 Na? Hat die heilsame Show bald ein Ende? Wenn Sie so schlau reden können, dann können Sie ja morgen mit runter. Aber ohne Bücher! Na, was waren da unten? Altes Treibnetz. Sehr romantisch. Wenn's so weitergeht, dann werden wir drei Monate brauchen. Vielleicht findest du die Dinger früher. Ich wollt's ja verschieben, aber dein Seemann, der wollt's wieder besser wissen. Zwei Suchstreifen kann ich haben. Eine muss er machen. Und eine heils. Ich? Ich kann doch nicht schwimmen. Na, dann geh ich eben runter. Trauen Sie sich das zu? Klar. Manche, die ist ja wie ein Mann! Da hast du aber noch nicht richtig hingeguckt, mein Junge. Ich seitdem. Ja. Es ist ja wie Lonnie. Ich kann mich darüber nachdenken. Ich bin interessiert. Untertitelung des ZDF, 2020 Sieht fast... Sieht aus wie ein Boot da unten. Boot? Da geh ich runter. Guck ich mir an. Ich geh mit. Na los, kommt! Die haben wohl was gefunden. Tauchen plötzlich für Dritten. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Hey! Los, fahr weiter und komm gleich zurück. Da! Barco! Hab es noch nie im Leben, Barco! Der kam von der Küste. Schoss plötzlich auf unseren Kutter zu, weiter rum verschwunden. Und nach ein paar Sekunden wieder vor und jetzt ist er wieder alles. Nur einer? Ja, nur einer. Ich weiß, was der am Kutter gemacht hat. Vielleicht, vielleicht eine Haftladung. Oh, how beautiful. Das ist was Sie immer noch, was Sie? No, wirklich. Es ist fantastisch, darling. Danke. Danke. Hey. Hey. I saw a good octopus. Yes? Do you want to get it? Okay, sure. I'd love to. Okay. Okay. Sure. I'd love to. Let's go. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Oh, no! Oh, no! Oh, no! Where will the explosion take place? Under the crater of the cargo water. Oh, no! Carbly, now. Where is the place? It's under the crest of the Corcovado and near a big carbon wall. The carbon is needed for the explosion. And how does one enter? Over the mountain and through the jungle. There's a tunnel. You've a map, of course. I left it at home in my villa. It's in my bag. Charlotte, Lady Lister's suitcase. Where's the map? The mirror. Yes, that's it. The map is on the back. But it won't appear until after you've treated it lightly. With vapor at high temperature. That's it. I've got this little break Jr. That's right. It's gonna take you to the water. I'm sorry. I don't know, honey. I'm sorry. You're a little late. I'm sorry. I know. I won't know. I don't know. Bedeut. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Das war's. 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 Das war's.